Ich war unbeschreiblich enttäuscht, dass ich nicht durchkam mit diesem Film, dessen Premiere schon vorbereitet war, der gelungen war und der für eine Sache ging, die mir so ungeheuer am Herzen lag, nämlich wirklich eine Demokratisierung unseres ganzen Lebens, ein Schritt hin auf einen demokratischen Sozialismus, das war der Kerninhalt. Und das als unmöglich zu erleben, war natürlich die größte Enttäuschung, die überhaupt passieren konnte für mich. Aber dann kam auch die Frage, wie ich nun den angerichteten Schaden in irgendeiner Weise begrenzen konnte. Das begann zuerst damit, dass ich zu einem Gespräch zu Kurt Hager als Politbüro-Mitglied verantwortlich für Kultur bestellt wurde und es folgte dort ein viereinhalbstündiges Gespräch. Das ist viereinhalb Stunden, das ist ein langes und schweres Gespräch gewesen. Und ich habe in diesem Gespräch mit Marx und Engelszungen versucht, meine Position zu verteidigen. Bin davon nicht zurückgewichen, sondern habe gesagt, dass ich eine Demokratisierung des ganzen Lebens und eine insbesondere der politischen Strafjustiz, aber des Lebens insgesamt für das notwendig und für das der Situation angemessene halte. Ich habe aber gemerkt, im Laufe des langen Gesprächs, immerhin viereinhalb Stunden, und da habe ich gemerkt, ich hatte das Gefühl, dass er selber unter einem Druck stand. Dass er nicht frei auf meine Argumente antworten konnte, sondern sich darauf auf Staatsräson zurückziehen musste. Und jetzt erscheint es mir so, als ob das damit zusammenhängt, dass er eben wusste von diesem Besuch und von dieser großen Kehrtwende in der Politik, die sich nun auch, die nur auf das Kulturwesen weiter durchschlagen musste. Und so war der Schluss des Gesprächs mehr einlenkend. Wir sind also nicht auseinandergegangen als Feinde, und er verurteilte mich auch nicht völlig, sondern er sagte mir, ich möchte doch über seine Argumente auch einmal nachdenken, sehr ausführlich nachdenken. Und er über meine, also es war eine Art Gegenseitigkeit, und ich hatte das Gefühl, dass trotz dieses Schlages, der passiert war, irgendeine Art von Kompromiss möglich war. Und dann hat er mir das Gespräch beendet, indem er sagte, wenn ich darüber nachgedacht hätte und zu Ergebnissen gekommen wäre, dann wäre es doch gut, wenn ich sie publizieren würde. Dann fühlte ich mich also aufgefordert, diese Selbstkritik zu schreiben und habe mir gedacht, ich muss das tun, um überhaupt, damit dieser Ton wieder rauskommt und diese Feindseligkeit und diese Grobheit, mit der auf dem 11. Plenum über die Kunst hergefallen war. Ich habe also diese Selbstkritik geschrieben und habe mich allerdings dabei darauf beschränkt, beim Bedauern auszudrücken, dass die gute Absicht, die ich gehabt hätte, kein Echo gefunden hätte und dass ich daraus wohl schließen müsste, dass ich da irgendetwas falsch gemacht hätte. Bin aber auf die vier konkreten Anschuldigungen, Konterrevolution, Staatsfeindlichkeit, Beleidigung der ganzen Republik und so weiter nicht eingegangen, auf keinen dieser vier und habe auch keine dieser Anklagen auf mich bezogen. Das war also so eine halbe Sache und die wurde dann durch einen offenen Brief Ulbrichts an mich, der publiziert wurde, halbseitig so im Neuen Deutschland, ein großer Brief, auch ungefähr aufgenommen. Denn da wurden zwar die Beschuldigungen gegenüber der Kunst wiederholt, aber alle in außerordentlich abgeschwächter Form und diese beleidigenden und diskriminierenden Beschuldigungen kamen nicht mehr vor. Und als ich diesen Brief dann gelesen habe, habe ich gedacht als erstes, wir kommen herum, es werden keine Prozesse sein, wir werden nicht alle ins Gefängnis kommen, wir haben irgendwie einen Kompromiss erreicht. Und ich glaube, dass auch heute noch, dass das so eine Art Kompromiss gewesen ist und dass auch derjenige, der am gröbsten auf dem Plenum eingeschlagen hat auf die Filme, das war nämlich Ulbricht, aus dessen Munde kam auch diese Anschuldigung, sich selber salvieren musste. Denn er war ja auch derjenige, der Apel beauftragt hatte, Veränderungen zu machen und dem selber den Schritt, einen gewaltigen Schritt rückwärts machen musste. Und infolgedessen sehe ich dieses Ganze auch heutzutage mehr noch als eine Art Theaterdonner an, der gewesen ist. Das ist so ernst nicht gewesen, wie es damals uns erscheinen musste, denn es war immerhin das Zentralkomitee. Aber dieser Briefwechsel hat dann doch halbe Schritte von beiden Seiten aufeinander zu, hat die Möglichkeit eines Kompromisses und das Weiterarbeiten der Künstler ermöglicht, und es ist eben nicht gegangen, wie in anderen sogenannten sozialistischen Ländern, wo nach derartigen Beschuldigungen unter allen Umständen Verhaftungen, Prozesse, Gefängnis usw. gefolgt sind.